Dieses zum Kauf angebotene modernisierte Bauernhaus befindet sich im Kreis Steinburg. 1877 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Es hat zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 15.562 m² bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 385 m². Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 395.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 15.000 Euro.